und lentes wahrscheinlich die zwei oder ja wenn du bist gut dann bin ich nicht enttäuscht ich bin nüt hier lentes ist es oh nein scheiße thomas wo bist du in den schuss gelaufen das ist nicht wahr das ist nicht wahr an die das war die einzeln schuss ampe acht die die tägliche war ja war gerade ja wer hat mich hier gerade mit der crowbar finanziert keine ahnung aber ich habe mit dem remix die ganze zeit hier ich würde mal gerne waffe finden um andy mal ein bisschen paar gehirnzellen wieder auf vordermann zu bringen und ich wusste gar nicht dass das spiel ist ttt heißt aber 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 der kabel in tutu terrorist ja innoßen mit dem magic stick nein nein warte mit der crowbar der verdammnis tausend türen crowbar der verdammnis ich wollte es genau mein raum alter überraschung ich suche waffen lass mich schon mal durch sehr schön hier ist doch noch eine schrotze pille bei mir hat jemand schon mal die map gezockt was ist denn das los lol wer baut sich denn hier zu mit dings bauen ist immer thomas hallo das ist wahrscheinlich schon noch keiner oben im office wo oben oben ja da bin ich okay thomas ist jetzt schon mal äh andy ist bei mir warum bist denn du wundet was hast du denn gemacht ich bin gegen den scheiß fass gelaufen du hast dann hochgegangen okay das ist kein scherz ne das ist so ein hartes piepel in 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 okay also ich kann auch gerne die crowbar rausholen das ist immer kein thema ne okay andy ich werde das zwar wahrscheinlich eh gleich bereuen aber ich vertraue dir mal dankeschön wenn du jetzt schwer da bist du dich hast aus ne ne bin ich ehrlich äh kann man hier hoch fahren im aufzug ja da bin ich Achtung ne andy ist auch hier bei mir komm mal hier hoch okay wenn ich sterbe ist andy ne ich lauf jetzt mit ihm die ganze zeit rum schimmer 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 also wenn ich gleich dick arschreie dass der rustet ja ah ja 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 ich hab immer noch keine rasse gefunden ne okay oh hier ist er richtig hübsch hier oben ja auf dem fall brennt so ein bisschen ist ein lippen thomas eigentlich noch ja ne muss ja eigentlich ja wenn der traitor ist auf jeden fall okay hier ist äh banana john ja schweiß pfuhh alter andrada ich hab immer noch keine waffe gefunden ne ohne runde schunden ich glaub nenn das ist meinst du hm nütze schon mal sagen wir mal machen nein ich bin es nicht schon über diese waffe ja das hat ja nicht zu heißen meinst du hast du mein rifle jetzt für deine mutter ja aber ich bin ich bin mit ne rifle ja anfangen ja meinst du is it ja meinst du is it ok andy also wenn andy ist auf jeden Fall du hast von mir permission andy ja nur wenn du jetzt weiter bist du mal alles scheiße ne bin ich aber nicht alles klar schauen wir mal und warte 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 ja ich geh raus ich geh raus kein ding fuck ok das war scheiße dann bleiben andy nein ehrlich das ist kein scherz ich bin fucking inno ok warte mal wenn du inno bist wenn du wenn thomas wenn du inno bist warte mal warte mal warte mal warte mal dann bleibt ja nur noch pille ah ne pille hat doch geschrien vom thomas ja der müsste eigentlich tot sein glaub ich auf jeden fall mal lass mal nochmal runterfahren ja ok ja ok warte ich bin ich schwörbeinkommen wenn du jetzt bin traiter bist dann raste ich so ultimativ aus ich wäre ganz ehrlich ich wäre sehr gerne jetzt traiter einfach nur um die den headshot zu geben und dann die schwörl auszulachen ja alles alles ich bin schon hart zu t bei dir irgendwie weiß ich warte mal pass bitte auf den eingang auf gut gut dass man hier keine claim auslegen kann hehehehe so wieso ist ja alles so ruhig hier wow bei mir fuck nachladen wir mal ja fuck back in oh ja mama äh war ich allein? ey Andre du hast mich so geil weg gemacht ich war so doof ey warst du traitor? nein ich war allein übrigens echt? ja du warst ein traitor oder nicht? ich war kein traitor ich war der einzige traitor hä wer hat mich denn da weg gemacht? ich? also ich habe auf so fässer geschossen die da aufgehäuft wurden er dreht minus 7 ja ohne schau ey ich habe in dem raum ge... ich habe gar nicht mehr nachgedacht weil ich dachte so ich habe mich schon gewundert wenn du weggemacht hast weil ich war nicht ja ich dachte wer baut denn da jetzt und dann schieße ich einfach mal aus justcophant drauf aber das ist natürlich scheiße wenn thomas dann alleine ist ja ich war äh ja ich habe bis auf 1 ja war knapp ok ja Andre hat ja mich äh man kann mir auch mal vertrauen man kann dir auch mal vertrauen hast recht aber ich spüre das immer so ein bisschen weißt du wann ich denke ok ich spüre das höchstens keine ahnung bullshit hast du ne waffe? nein hab ich nicht ich habe nämlich hier nur die ich bin innocent ja ich auch ich auch ich habe nur die regel ich habe keine waffe Antrade ja hier findet man auch keine waffe irgendwie gel find ich aber auch und du hast nur die Deagle ja komm ich mach hier ein auf den hey damit du dich sicher fühlst liegen nur Riff... äh Riffles um komm 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 ich brauche auch mal ne ordentliche hier was geil ist mit der Deagle komme ich nicht weit ich gebe mal ein Mädchenklo woher hingehört ja ist äh zu dann ist es bei mir immer noch ne Leute hab ich ne Mac-Tel ein Aufzug das wird schön chillen sonst noch irgendwo Waffen hast du ne? ich habe jetzt auch ne Mac Gott sei Dank also kann man dir wieder vertrauen sagst du? mir kann man ich weiß nicht ob ich dir zum zweiten mal vertrauen kann das ist das Problem ja ob ich dir zum zweiten mal vertrauen kann ja zwei mal hintereinander ist immer so ne Sache was ist das bei mir? die haben wir schon mal ne Schrotkente ich hab ja noch nicht naja da läuft jemand vorne pass auf Andy ist das ist das Rango Rango ist das Robi ja servus ich hab nur ne Deagle alter ich hab auch noch ne Mac-Tel ich weiß genau ihr seid jetzt wahrscheinlich beide gell nein ich bin jetzt auf keinen Fall bin ich jetzt eh tot wenn ihr jetzt beide seid von daher ich könnte euch eigentlich beide jetzt umnatsen ich hab eh schon Minus-Karma aber naja da kommt jemand beim Aufzug hoch aufpassen ich hab auch keine andere Waffe ey das bin ich ich bin Aufzug gefahren Pille ist eigentlich so mit der Einzige den ich nie einschätzen kann das ist schlimm gibt's hier keine Waffen mehr? ja keine Ahnung ich weiß es auch läuft ich glaub wir müssten mal runterfahren ich glaub auch oh Andy du hast doch ne gute Waffe jaa hier oben hier hinten ne Waffe komm ich kann dir ganz zeigen wo die spawnen das war auch kein Thema du bist mir grad hammerhart vorbeigelaufen Pille Pille wissen wir jetzt Pille Pille Alter sind wir alle hier oben ne ich trug immer noch ne Waffe ich hab immer noch keine ich hab immer noch keine Joko ist glaub ich noch unten zackt aber hart Andrade ich bin irgendwo unten hier guck mal irgendwo rumlaufen oh Bretter fuck 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 weg Once Banana, Joe ich bin nicht hof zu schiessen oh alter lijnne mal nochMeinMauUF sowas ganzhaft ich geh 핑 bier wtf Hallo, wer lebt noch? Ich. 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 Oh Gott, ja. Oh man. Oh, keinen von euch beiden. Wow! 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 Ich hab nur ne Diegel, Thomas. Ja, ich weiß. Ich vertrau dir einfach mal. Ich vertrau dir. Ich kann dir nichts anderes machen als vertrau. Du kannst mit der Diegel... Mit der Diegel mach ich gar nichts. Also ich glaub Beretta ist es. Der hat, glaub ich, oben Leute abgeschossen. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Dein Name ist gefallen, eindeutig. Ja, Moment mal gerade. Pille? Ich glaub ein Pille ist es auch, oder? Ich hätt' ich ja schon längst weggemacht mit der Shotgun, wenn ich nicht gewesen wär. Also... Alter, was denn hier läuft? Ist hier Gas irgendwo? Ich schieß mal besser nicht. Ich schieß auch nicht. Was ist das hier denn? Ey, da sind Fässer. Kann man da irgendwie aufmachen? Nein, ne? Alter, hier war's noch nie, ne? Ich auch nicht. Hier ist irgend so ne Security-Zentrale. Wo? Hier sind 15 Bildschirme. Ist hier wenigstens ne Waffe oder sowas? Boah, ich kann mal einen voll asozial wegsnacken. Hatte ich mir immer noch keine Waffe gehabt. Ist so krass. Ich hab einfach nur diese schwule Diegel gehabt. Wo auch noch durch? Ich hab keine Waffe, ey. Gibt's sowas? Joko, du lebst aber noch, oder? Ja, ich steh hier oben und wacht auf dich. Also ich glaub... Ich hab das Gefühl... An Pillis-Reaktion. Ich weiß nicht, wer aber gesagt hat, ich geh jetzt essen oder so. Und zum A, ich hab keinen Bock mehr. Seit ein Bananen-Jody weggemacht hat oder so. Ich weiß es nicht. Und Lentis wahrscheinlich. Die zwei. Oder... Ja. Wenn du bist, dann bin ich enttäuscht. Ich bin nüt. Die Lente sind... Oh nein! Scheiße, Thomas! Wo bist du mit dem Schuss gelaufen? Das ist nicht wahr! Das ist nicht wahr! Das ist nicht wahr! Oh, wie cool! Andi, ich brauch Hilfe! Andi, du kannst mich mal, du Bitch! Komm her! Komm her! Äh, Lente! Komm her! Fuck! Hab ich grad'n Andi gekillt! Ne, ich hab'n gekillt! Ich diegel' dich jetzt weg, komm hierhin! Ich glaub' ich hab'n gekillt! Ich glaub' ich hab'n gekillt! Nein, Batesens vom Pill hast du die geholt! Woah! Woah! Komm her! Hab ich die wisch? jawoll hubi hab ich hier alle weggediegelt wie im wilden westen lentes ich glaub ich hab dich weggemacht ey andy du bist so ein spasti ohne scheiß ich hab dir auf jeden fall gut einen mitgegeben ja deswegen, andy gab da rein, das tut dir ist noch da lentes hat mir drei mal mit der schrotflint eingegeben ganz ehrlich, ich hab den hut bereits lentes, der joko kam immer hier aus der ecke raus und ich hab dir nur direkt einen gegeben weil ich den wusste, wenn du bist ich hab dir von hinten netter gegeben und deswegen vertraue ich im andy nicht zwei runden hinterm stück aber ich hab doch gut analysiert seit dem andy und lentes ja, aber ich hab noch bei meinem tod voll laut beretta geschrieben äh, geschrieben ja, da bin ich auch gewundert hat keiner irgendwie darüber reagiert lentes? das ist jetzt AFK, oder nicht? ich will euch haben grad das größte Déjà-vu aller Zeiten Déjà-vu nein, weil die Folge hier kam auch immer bei den Pietz und da ist glaub ich schon Hadi AFK gegangen das ist kalt schnach ok aber nicht auf der Map hier, oder? doch, auf der Map hier WTF da war ein Bram im Aufzug wie ich grade kann man eigentlich die Melonen hier kaputt schießen? oh ja was ist denn da? Melone? Melone? ja bitte hier Melone, da Melone, Lelomone, Lelomone, Lelomone ich würd dir gern vertrauen André aber die vertraue ich jetzt erstmal nicht mehr sorry du warst auch eben schon inno deswegen kann ich dir jetzt nicht vertrauen Pille ist da redet aber nix hallo Pille? ah der ist bei mir ah ok Lelomone das kommt der ist hier ich dachte das wäre jetzt so eine Sneaky Taktik Sneakie peekie? Sneakie peekie lemon squeaky whoa, 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 whoa wo? Lentice, Lentice ja ja, kannst, kannst wo? warum laufst du mir hinterher? ich will hier lang gehen wo? ich will gucken was hier ist fein Lentice ja Na, super Rifle. Hast du das gerade eben nicht oben rechts auch gelesen kurz? Weil du hast ja gemeint, du findest keine Waffe. Dann habe ich dir einen Kredit geschickt für die einen zu kaufen im Traitor-Shop. Weil ich muss das einfach noch was kaufen können. Oh, hier. Der Streber, ey. Da hat der dir einen Kredit geschickt, ey. Andi hat's ja. Ja, ich habe es ja. Andi hat's ja. Hat der schon eine Silent M4 plus Body Armor und hat schon was über. Hat der aber nichts gebracht. Mit der Traitor-Kollege, die einen einfach mitkippt. Joggo ist hier, Joggo ist hier. Ja, Barretta ist hier. Kann ja nichts dafür. Barretta, Barretta und Joggo. Aber warte mal, Barretta hat vier Punkte. Das heißt, eigentlich müsste ich einen Ani gekillt haben. Ja, hast du auch. Ich glaube, Barretta hat nur vorbereitet und du hast dann einen Gnadenstoß gegeben. Ja, das kann aber auch sein. Ich habe den Andi dreimal getroffen, auf jeden Fall. Und dann beim letzten Mal ist er dann bei mir umgekippt. Minus die Punkte von mir. Ja, also ich habe jetzt die Minus-Punkte gegeben. Du bist mit dem Schuss weggelaufen. Gerade als ich auf den Lentes geschossen habe, bist du da reingerannt. Ja, ich wollte weg mal mit der Schuss gerne, ey. Wart du Lentes, großes Tee auf der Fresse. Ja, ich habe aber, ich habe nur dunkle Schatten rumlaufen gesehen. Dunkle Schatten, dunkle Schatten. Mordor's Schatten. Ja. Hallo. Hallo. E? Andi ist tot. Oh nein. Thomas? Ja, ich lebe noch. Leben alle außer Andi, oder? Ich habe keinen Plan, wo der Andi ist, oder war? Also Gas explodiert nicht, was da rauskommt. Entweder da schießt, okay. Wollte gerade sein, entweder da schießt jemand einen in die Luft, oder? Ja, ich habe ihn durch, ich wollte gegen das Gas mal geschossen, ich wollte gucken, ob da was passiert. Er war ganz lustig, wenn das funktionieren würde. Oh. Oh. Ich brauche mal eine ordentliche Waffe, gibt es hier keine AK, oder so? Ich glaube nicht, ich habe noch keine gefunden. Ich auch nicht. Oh, wer ist denn hier? Andrade, der ist komisch, der vernachlässigt sich irgendwie richtig. Oh, Paretta. Ist mit so viel Betrieb. Oh, lol. André? Ja. Paretta, hör auf mit der Hetzelauf. Oh, okay, hier bin ich. Andrade ist bei mir. Gerade ist bei mir. Ist auch immer so viel Zeit. Also gleich müsste irgendwas passieren. Doch, doch, ist doch mit Haste Overtime. Andi ist sicher tot. Ja, Andi ist bestimmt tot. Ja, und Hubi? Ein bisschen Hubtraiter, oder? Na, ich lebe noch. Ich bin aber eh noch. Ja. Wir verdächtigen uns hier alle und Hub macht einen auf laut. Das heißt, wer jetzt kommt, ist tot. Der muss Radar haben. Und gerade ist bei mir. Wow, hier schießt jemand hier. Ah, ne, ist jemand rumgekommen. Gerade läuft auf jeden Fall vor mir rum. Ja. Ja, ihr lauft hinter mir rum. Ich glaube, das ist ein bisschen schlimmer. Ich bin's. Ich suche immer noch eine AK. LOL! Alles klar. Okay, wenn Pille und André sind es. Wieso das denn? Hä? Ja, wenn Dentes tot ist. Und Dentes sagt Pille. Dentes ist ja tot. Der hat André weggemacht. Kann nicht confirm, weil wenn ich da rausgehe, macht ein Pille mich weg. Ja, André war Traitor. Alles klar, Pille ist es. Gut'n Pille ist es. Pille ist unten! Guck mal, schläfst du noch? Jesus Christ. Ille. Ille. Pille. Mama. Vielen Dank. Fuck, wo geht denn hier runter? Na ja, fahr ich den anderen. Komm! Deine Zeit läuft ab, also will ich kommen. Ja, ja, ich hab noch Overtime. Wie viel? Weiß ich nicht. Halt's Maul, weißt du wohl. Ich hab Zeit, ne, also... Ich war unten. Wenn du reingekommen wärst, hätt ich noch da fast geschlossen, dann wärst du sowieso gestorben. Hast du keine Radarpölle? Willi, wie viel Leben hast du noch? 17. Ah, passt. Fast beide Trader gekillt. Wärst du auf jeden Fall tot gewesen. Nein, so wie. Das Bodyarm. Nein, so wie. Nein, so wie. Wärst du trotzdem tot gewesen. Nein. Wärst du trotzdem tot gewesen. Wärst du so viel falsch tot gewesen. Die Map ist nicht so cool irgendwie. Nein, also es war Slender besser, muss man sagen. Ja, Slender war... Na, Slender war... Ja, Slender war fast zugesetzt. Da kennen wir eine schöne offene Map, so wie Rooftops. Ja, ne. Nimmst du eigentlich mit Fraps auf, André, oder mit... Die X-Tory. Okay. Fraps hat irgendwie, keine Ahnung, hat Probleme gemacht. Immer Fraps-Handflüche. Ja, ich weiß, weshalb. Das ist ja bei mir auch nicht anders. Und ich hab nur so eine fucking Diegel, Alter. Ich brauche nur mal eine ordentliche Waffe. Rango ist bei mir. Oh, ich bin schon wieder in. Wo ihr seid? Altbewährten Platz. Oh, 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 oh. Ja, ich will mitkommen. Oh, oh, Pills bei mir. Ja, genau, André. Okay, dann nicht. Rango ist vier. Ich würde dir ja gern vertrauen, aber... Ich war doch eben Traitor. Machen wir schon, Ubi. Stimmt eigentlich. Rade bei mir. Ordentliche Waffe holen. Gerät da bei mir. Ist gerade ein bisschen viel Betrieb. Oh, ah! Kail Rose. Jogo, 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 Jogo! Trommens. Er war doch gerade schon, oder nicht? Ja, Lendes hat gemeint, Andrade ist bei mir und dann zwei Sekunden später. Also, was soll ich daraus schlussvoll sein? Wer lebt denn jetzt noch? Andi, du lebst noch. Schon wieder dick action irgendwo. Weil Andi ist schon wieder tot. Andi? Thomas? Ich soll ins Knie ohne Witz sein. Muss ich jetzt erstmal wieder kämpfen, oder? Du überrät verdächtig viel. Ja! Sorry! Also, Pille lebt noch. Okay, ist schon mal gut. Dann bist du Traitor, alles klar. Hä, wieso das jetzt? Du bist es. Ich hab, äh, ich konfirme. Ja, Traitor. Ja, super, jetzt müsste ich noch wissen, wo der war. Und dann haben wir alles gut. Du kleine Ohre! Bisse! Komm her! Nein! Schade! Wie viel Leben hast du noch gehabt? Boah, heisse. Über 50. 57. Scheiße. Ach, da war nice, ey. Das war ne flotte Runde. Ja. Schade. Sehr schön, Thomas. Mit langen Schiss gemacht. Eine Runde, oder? Nee, ich glaub, es ist zwei, oder? Ne, ich glaub, es ist zwei, oder? Zwei, zwei Runden, ja noch, ja. Oh nein. Das ist eine Zeit, ich kann so weinen. Kotzen, irgendwann, brech durchfall. Was ist das? Ohne Scheiß, Meck. Melone! Weg! Egal, jetzt schon immer noch keine Waffe, gell? Ja! Ich aber! Ich aber! Ich bin nur noch ein Diegel, gell? Ja, war klar! Ich glaube, ich war ja noch nicht einmal Trader gewesen. Ich auch noch nicht, hier auf der Map auch noch nicht. Nein, cool! Das ist ja noch nicht. Aber ich war ja vorher in der Runde öfter mal Traitor, deswegen ist das okay. Ihr öffnet denn hier die ganze Tür? Oh, ne, Andi! Und wir öffnen hier die ganze Tür! Scheißegal, Alter! Ich kann eh nix machen wie die Scheiß Rifle, nur da kommt er da rein, Lentis, wo zwei Schrott... Oh! Pille! Wer Pille? Ne, ne, Pille ist hier so ein Dings reingegangen, der war hinter mir. Ich hab nix gesagt. Wo ist denn, wo, Andrade? Ja, und hinter dir ist ein Andi. Wow! Also in nem Raum jetzt, nicht rausgekommen. Oh, lol! Andi, voll in mich reingelaufen. Andi hat auch ne Schrotze, das gefällt mir gar nicht. Ja, und mir und Traitor... Ja, du hast ja keine, gell! Doch, hab ich! Zur Selbstverteidigung! Nettes! Lass mich so rum! Oh! 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 Alter, wer tippt denn da so laut? Ah, ist zu hart. Ist ne Schreibmaschine, ja. Wenn ich jetzt gleich sterbe, dann hat ein Joghurt mich. Woah! Bananato! Okay. Ah, du warst ein herzlichen Arschloch. Äh, Andrade hier noch am Leben? Ne, ne? Hallo? Hallo? Ja, ne. Ja, ne. Gut doch, Andrade ist innocent. Ja. Okay. Andi, halt. War ein bisschen, wie sagst du denn den confirm, wenn du Traitor wirst? Warum denn nicht? Du kann, du kann, du kann sie, du kann sie! Ja. Andi, er ist sehr, sehr selbstbewusst. Ich bin halt ein geiles Tier, machst du nix? Woah, 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 hier steht jemand. In der Hecke, Yogo, Yogo. Also wenn ich tot bin. Ach, hier ist ja auch zu gönn, ich meine. Wir haben mich die ganze Zeit gesucht. Kippt denn da so hardcore. Hallo? Ohohoho, Barretta. Barretta schießt. Aber woher wusstest du denn, weil ich da sitze? Ich hab Barretta gekillt. War Traitor. Ja. Okay, dann ist Hub und Andi. Haben wir ein Schleckchen? Ja! Sehr schön, Thomas. Sehr schön, Thomas. Ey, wie hast du mich denn da gesehen, die Pille? Die Pille saß ganz komisch im Aufzug. Das hab ich hier auf der Aufnahme. Alter. Zu halb in der Luft. Die Pille hängt doch hier unter dem Aufzug, ey. Ja, ja. Nur die Fußspitze guckt raus. Das lebt uns aus, als werdet ihr noch weiter im Raum. Der Kamerad, der Tick von dem Radar. Und dann bei der Thomas wieder vor. Zehn raus! Jawoll! Ich hab' nicht! Ich hab' nicht! Geil! Alter! Oh, nee! Weißt du, ich sag' noch... Ja, Andi, ich glaub' ich... Wollte grad sagen, Andi, ich vertraue dir. Und er war schon tot. Geht nix. Andi vertraut man nicht. Da hat ein Ländes direkt... Hat ein Andi nicht auf den Ländes geschossen, dann wusste ich direkt Bescheid. Der ist in die Wurre. Der Ländes doch reingerutscht! Oh mein Gott! Keine Wurr gesagt! BAM! Wie geht doch nicht mit der Rifle, ey. Gehen schon in den Kindergarten. Ja, ich war auch mit der Rifle. Kannst recht vergessen, ey. Ich krieg' aber mit der Schrotze mittlerweile auch nix hin. Ich bin so AK-geschädigt mittlerweile. Oh, ich bin schon... Ey, ohne Scheiß, ich war noch B-Traitor hier auf dem Länden. Ey, ich hab' nur ne Rifle, ey. Bis ich einmal geschossen hab, hab' dir 10.000 Mal meinen Namen gerufen. Deswegen bleib' ich bei dir. Ich hab' nur ne Crawler. Ich hab' auch nur ne Rifle. Oh, Dennis hat das Spiel? Ja gut, beim Thomas wär' dann natürlich interessant. Bistisch, Thomas. Hey, Thomas, das wär' dir eigentlich richtig interessant. Dennis, hast du eigentlich ein Headset? Hast du mich schon mal gefragt, ja? Ja, benutzt das mal bitte. Ich schaff' nicht. Hä? Ey, ich benutze das doch grad. What the fuck? Warum penetrierst du denn deine Tastatur so krass laut? Ey. Die kann man doch gar nicht hören. Doch, ne, oder? Bist du doch denn überhaupt? Weißt du nicht. Oder liegst du mit dem Kopf auf der Tastatur? Ne, ne, meine Tastatur, die ist, äh, 3,5 Meter von mir weggehört. Hast du vielleicht die Tastatur? Hab' ich nicht gehört. Wer war jetzt? Äh, quatschert Mikro vom Laptop. Oh, oh! Ey, ich weiß zwar grad nicht, wer auf mich geschossen hat, aber irgendjemand hat auf mich geschossen und ich hab' zurückgeschossen. Wo denn? Wo denn? Wo denn? Ich nicht, wo da? Achte, 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 Achte. Ich hab' ihn weggemacht. Ich muss mal gucken, wer da... Uah! Da ist noch einer. Ah, scheiße! Sorry, Andi. War dumm von mir. War glücklich. Gott sei Dank. Thomas, du bist doch hochgegangen. Ah! Scheiße! Alles klar, Leute! Bis zum nächsten Mal. Wen haben wir ihn ja eigentlich jetzt? Ah, guck mal. Letzte Runde noch erster, jetzt schön letzter. Haben wir drauf. Haben wir drauf gern. Thomas, wieder eiskalt. Thomas, sehr schön. Und Rango und Philipp teilen sich den zweiten Platz. Alles klar, bis dann. Ciao! Ciao!